Wenn man sich während des Gebetes nicht sicher ist, welche Raka man ist, sollte man es abbrechen? Nein, auf keinen Fall abbrechen, sondern hier hat uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam eine Lösung gegeben. Es gibt nur einen von beiden Fällen. Der eine Fall ist, du weißt eher, dass du bei der dritten anstatt bei der zweiten Raka bist. Hier baust du auf diese sozusagen Annahme auf, dass du jetzt für dich selber die dritte Raka rechnest. Aber dann gibt es einen Fall, wo du gar nicht weißt, weder zweite oder dritte, du bist ganz weg, dann nimmst du hier die niedrige Zahl. Also der Unterschied ist, du weißt eher, dass diese Raka ist, dann baust du darauf auf. Zweiter Fall, du weißt gar nicht, welche Raka du bist, dann nimmst du die niedrigere Raka. In beiden Fällen machst du zum Schluss die Vergesslichkeitsniederwerfung.